Diese Kröte lässt sich nichts gefallen, nicht einmal von einer Katze. Furchtlos greift sie an und zwingt die Mieze zum Rückzug. Danach kehrt die Kröte ihr lässig den Rücken zu. Offenbar hat sie sich mit diesem Manöver Respekt verschafft, denn anschließend fallen die Attacken nur noch zaghaft aus. Kein Zweifel, diese Runde im Tierduell Kröte gegen Katze geht eindeutig an die tollkühne Kröte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017